Da sind Löcher in seiner Geschichte so groß wie der Todesstern. Es gibt einen Grund, warum du hier bist. Also? Was weißt du über Clay? Alles, was sie wissen wollen. Aber jedes Detail ist wichtig. In der echten Welt war ich eine Null und der Einsen. Was bist denn du für ein Vogel? Aber im Netz gehörte ich dazu. Hacken ist wie zaubern. Bei beiden geht es darum, andere zu täuschen. Die Fahrscheine, bitte! Max war das komplette Gegenteil von mir. Souverän, charismatisch, ein Gewinner. Man darf sich nicht unter seinem Rechner verstecken. Die größte Sicherheitslücke ist der Mensch. Okay. Je dreister man war, umso mehr konnte man erreichen. Wir hackten alles, was wir in die Finger bekamen. Jetzt machen wir eine Aktion, die alles stoppt! Der BND. Aber alles hat eine Konsequenz. Und ich wollte es euch beweisen. Fuck! Die wissen, wer ich bin. Sicherheit. Alle wollen Sicherheit. Oh mein Gott! Oh mein Gott! W boundaries. die die